Wir haben Anfang Dezember 2022, 3. Dezember. Ich bin erstaunt, wie schön der Schnee hier ist. Ich gehe heute auf den Hirza, der 2700 Meter hoch ist. Ich habe etwa noch 100 Höhenmeter. Ich bin im Dahl gestartet, im Wattental bei etwa 1200 Höhenmeter und zuerst bin ich ein Stück weit über die Forststraße gegangen und ab 2000 Meter hat es schon einen sehr schönen Schnee hier oben. Ich bin wirklich erstaunt, Anfang Dezember schon. Ich bin hier in den Duxer Alpen und nicht weit weg von hier werden wir dann auch bei unserer Bergwoche High and Wide eine schöne Tour machen. Nämlich wir gehen von Navis auf das Naviser Kreuzjökel und ich wünsche euch den Segen von dem, der alles so wunderbar geschaffen hat. Musik 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 Musik